Jeden Superheld seit Kryptonit, bis er das Licht am Ende der Sturzbahn sieht. Ja, irgendwann hat's ausgekehrt, wenn aus dem Türsteher plötzlich Onkel Petrus wird. Dein irdischer Deckel ist voll und soll nun beglichen sein. Tritt ein und lege Rechnung ab. Oder sing halt. Aber mach was. Ich betreibe Textexegese. Wo ist Gericht? Auf der Erde ging das Ganze in die Hose ja. Doch von jetzt an nur noch Nektar und Ambrosia. Ist ja hollisch was los hier hinterm Himmelstor. Und der ganze Engelskorps. Morgens geht, als du abends kein Bier trinkst. Sag morgens nie, ich bleib heute zuhause. Ich weiß, was du erzählst, dass du abends schließt und witzigst. Also sag, lieber Jungs, ich geb euch ein. Und ich trag's nicht übersehen. Ich sehe, lieber Jungs. Oh, 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 oh. Sorry, lieber meine Damen und Herren. Thanks, mm blue, oh, 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 oh! Vielen Dank.